Der grösste Vorteil ist, dass alles in einem Haus ist. Zahntechnik ist im gleichen Haus und das finde ich sehr gut, dass das alles, dann kann man kommunizieren miteinander und das finde ich am positivsten, dass alles in einem Haus ist. Das ist ein Haus und das ist ein Haus. Und das ist ein Haus. Und das ist ein Haus. Vielen Dank.